Ich habe mir am Telefon noch gesagt vorgestern, dass Lea Schüller die Gewinnerin der Vorbereitung war. Und sie ist jetzt auch die Torschützin zum 0-1. Und das ist ein Traumtor, Leute. Es ist auch überragend von Linda Dallmann. Die da eigentlich nie so durchkommen kann durch die zwei Defensivspielerinnen von Duisburg. Aber das macht sie natürlich auch gut. Und Lea Schüller, die junge Außenbahnspielerin. Also den besten Angriff hat sich die Essenerinnen für das Ende der ersten Hälfte.